Hey Mann! Hey! Oh, danke dir fürs Abholen. Alter, das war so ne geile Party, Mann. Du hast echt was verpasst. Ist alles okay mit dir? Das glaubst du mir nie, was mir gerade passiert ist. Was denn? Auf dem Weg hierher habe ich was echt komisches gesehen. Ich bin auf der Landstraße gefahren und auf einmal kam so ein helles Licht. Ich konnte überhaupt nichts mehr erkennen. Hab sofort abgebremst und ausgestiegen und hab geschaut was es ist. Ja? Ich weiß es nicht. Das Licht war schräg über mir und es hat irgendwie geflimmert und pulsiert. Naja, wahrscheinlich war es einfach ein Helikopter und so einen fetten Scheinwerfer dran. Es hat absolut keine Geräusche gemacht. Hast du vielleicht irgendwas eingeschmissen, Franz? Schwachsinn, du weißt, dass ich sowas nicht mache. Naja, so ähm... Dann kann es eigentlich nur ein UFO gewesen sein, oder? Ja. So ein ganz großes fettes Teil mit ganz hellem Licht. Franz! Und haben die vielleicht auch irgendwelche Experimente mit dir gemacht? So sexueller Natur? Halt doch die Schnauze! Du warst doch nicht dabei! Alter, du musst ja wirklich mal zuhören! Ah ja, warum erzähl ich's dir überhaupt? Leck mich am raus! Oh! Franz? Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!